Kann ich am 1. Januar 2022 in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe heute eine ganz kuriose Schnellfrage für 9,90 Euro bekommen und musste dann erst einmal schnell zum Telefonhörer greifen und unseren Mandanten anrufen und fragen, ob das wirklich so stimmt. Und zwar wie folgt. Also unser Kunde möchte zum 1. Januar 2022 in Rente gehen. Und er schreibt uns, dass er am 1.11.1945 geboren ist und zum 1.9.2020 die 45 Jahre für besonders langjährige Versicherung erfüllt habe. Als ich das Geburtsdatum 1.11.1945 gelesen habe, da habe ich gedacht, der Mandant ist ja schon 75 Jahre alt. Das kann doch irgendwie nicht stimmen. Und Gott sei Dank hat er uns die Telefonnummer noch mit hinterlegt. Da habe ich sofort den Telefonhörer in die Hand genommen und da hat sich natürlich das alles ganz schnell mit einem herzhaften Lachen aufgeklärt. Unser Mandant ist nicht am 1.11.1945 geboren, sondern am 1.11.1958. Und da habe ich ihm natürlich gesagt, ja, Sie können zum 1.1.2022 in Rente gehen und zwar mit der Altersrente für langjährig Versicherte. Da reicht es aus, wenn man 35 Jahre hat. Aber natürlich mit dem Nachteil 10,2% Abschlag. Dann habe ich ihm noch schriftlich geraten, dass er sich das bitte überlegen soll, denn er hat ja jetzt schon zum 1.9. die 45 Jahre voll. Vielleicht sollte er, wenn er zum 1. Januar 2022 aufhört mit Arbeiten, mal vergleichen, wie hoch sein Arbeitslosengeld ist im Vergleich zu der Rente, die er mit Abschläge bekommt. Und ob es nicht Sinn macht, dass er da noch die Zeit bis zum 1.11.2024, wo er nämlich dann mit Erreichen des 64. Lebensjahres abschlagsfrei in die vorgezogene Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen kann, besser fährt. Also auf Deutsch gesagt, einfach nur noch mal kurz daran erinnert, prüft doch mal nach, ob das Arbeitslosengeld genauso hoch ist wie die Rente. Und wenn das so ist, dann gehst du in die Arbeitslosigkeit. Dann hast du nämlich noch einen Vorteil, dass entsprechend Rentenversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit in die Rentenkasse eingezahlt bekommst und sich dadurch auch noch die Rente ein bisschen erhöht. Viel ist es nicht, aber immerhin ein bisschen. Ja, also ein kurioser Fall. Näheres zum Thema Rentenplanung, Rente mit 63, abschlagsfreie Altersrente, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.